herzlich willkommen zurück zu minecraft in der minecraft welt shadow forst ich wollte 67 der 50 silvers trieber begrüße erstmal schokoladen hallöchen aber ich würde gerne vernaschen aber schokolade darf ich nicht und der schmerzschicht grüß dich einen wunderschönen guten und so werden letztes gemeinsam das regelchen den weg gebaut hier draußen zischelt eine spinne interessant wird sagen wir brauchen weiter die vitalen habe ich versprochen für jeden wie viel war das tausend unterschämt unterschämt material noch drin nicht mehr viel und wenn man material wieder eindecken aber ich glaube unterwegs gibt es auch genug material genau weil ich mich jetzt auf dem weg zu euch das auch alle monster links liegen die u-bahn ist noch nicht fällig am letzten dienstag bei dienstag schon angefangen glaube ich oder war das weiß jetzt oder weiß später noch demnächst kann man laufen teleportieren oder mit der u-bahn anfahren das wird interessant werden mal gucken wenn der schmerzschicht auftaucht wo bist du denn ich bin noch bei mir in der hülle das hölle mine eine mine ja es sieht schön aus hier noch mal ein schönes fleckchen haben wir hier wir kommen geht man raus die spinnen weg verstehe ich gar nicht einer von der grünen volkspartei erledigt den haben auch schneller beseitigt das ist doch schön so um packen und hat man nicht gebaut gehabt weiß ich kann ich sehe mal zu dass mich mal mit ja da ist der weg damals gebaut ich habe wieder genau bis dahin gekommen so dann kann es losgehen dann müssen wir von dem weg ende kommt da was auch nicht umsonst gemacht material gibt es auch unterwegs da brauchst du nicht was einpacken na guck dir noch jemand ich höre dich doch zeugen jehovas beseitigt hat bei mir gerade so komisch gehakelt der sei ja der gute smash kannst du schon sehen oder wer war das ne ich bin erst in susa ist die schoko diebeln dachte du was das schalani aus dem blumenbeet nach oben raus da hast du nicht zu suchen es ist er da und herr waldläufer namen der zwerg gut umpacken dann gehen wir mal ja ich habe aber mein reise wird vergessen naja okay muss auch muss auch so wie posten reise wird heute haben wir bestimmt noch bettenmangel meistro ein bett dankeschön gut dann ja mal der lust letzter macht die tür zu wo bist du auf dem hof da bist du genau wir gehen hier mal lang wenn man so wieder jeden teil des weges den wir schon kennt zur sicherheit mal schön die ganzen pure wildnis mal genießen für noch ein paar blaue bäume sonst geht es gut ja uns geht es gut einer folgenden volkspartei zu futtern habt auch genug schokolade schokolade interessant ich habe hier neulich habe ich mir ja mal hier dieses extreme chili mitgenommen ne das haut ja richtig rein wahnsinn also da ist es ja wirklich gut also halt verspürt oder tut ihr nicht man kann sie auch züchten vertragen sich aber nicht mit mit hühnern glaube ich fest dann die hühner auf oder wollen wir nicht nein das wollen wir nicht nein hier sind wir schon mal wieder jetzt einfach nur den weg folgen wie beim zauberer von uns aber da war da was ein gelber stein weg gelber stein weg und den gelben stein weg so verwinkelt hier gebaut guten tag frau kuh was für eine schöne brücke doch jetzt noch nicht da noch drauf und zwar so schöne geschüsselte glows doch ein richtig schön geschillt was hat er ist auf dann wieder runter vielleicht bald am ende hier ist ja schön aus hallo da wird mal nicht ok wir sind wir hier stimmt genau genau wir bauen jetzt nach das doof hier hoch wir bauen hier runter dann aus dann links drumherum so ja links von vorbei also quasi wir machen dann schwingt nach links dann genau ich gehe mal kurz hier um leitung von stufen drauf setzen aber ein paar habe ich noch verkehrt ein apfelbäumchen hier geerntet das ist schön hier könnten wir dann so ein schön gesetzlinge nehmen noch mal mit so so ähm sachen wiederholen ein bisschen material holen so ich glaube 60 taler hatte ich ihm versprochen ja das kommt hin schmerz schon wieder so ich gehe mal kurz ein bisschen material holen dann gleich wieder da ihr kennt ja die prozedere auf der anderen seite können wir also ein schmalen trampelfall irgendwann mal bauen dann ich material hier holen so so kann man gab es schissen doch ich doch das geht aber ganz schön kann man es ja wo normalen stein machen geht das normalen bruchstein machen kann man das finde ich gut so es hat hilfe hilfe es hat ganz große lavasee interessant traumkraft müssen wir auch mal wieder weitermachen ja abgestorben bei mir hakt es gerade bei euch auch nein ok das ist mein problem nicht unser problem das habe ich auch so 41 gab das reicht erstmal ich komme mal wieder zurück wir waren mit unseren katzen beim tierarzt rutsch routinemäßig oder war irgendwie was im argen zähne ah zähne ja waren natürlich wieder 350 euro weg aber was tut man ja nicht alles für die viecher war längst richtig das ist richtig ja ich war fertig wie so ein rötchen ja aber haben es gut überstanden krümel hat schon eine anderthalb schaden weggefuttert einmal kriegen sie schmerzmittel ein paar zähne gezogen worden sind und schnurri also nach oben naja der hat noch nicht viel gegessen nein ich muss noch besorgen ach das geht schon ja doch gesagt ich hole gerade erst mal material mal kurz für den weg weiter sind wir wissen wo wir sind nicht wo ja viele kirschzepp links das ist schön so da geht es nach lord lorien ich habe keine schilder mehr äußerst uncool mal ein paar schilderchen bauen ein klein moment aber er kommt ja auch ohne mich klar abi maschinen weiter kolonow rückt weiter genau auch ganz gut klar besonders scho so man sagt über stufen fehlen ja ja irgendwo nochmal so eine latere mal wieder setzen oi hat ganz viel holz wie sieht das hier mal mit paar stufen ja später stufen sind überbewertet au 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 blöde schwein wie so eine wildsau hier angegriffen spinnt wohl dunkel schön auf das zettel habe ich ja schon irgendwie hier können wir über hier nochmal mal mal ist eine katze ist das monster die bist du schon gesagt das werden monster hier ja irgendwo ja gar keine fackeln mehr ich hab ja gar nichts mehr hier das schafft wir sonst nicht so ohne alles los können einfach so als im kopf in dem noch diese kinderserie hals über kopf das wort mit dem wurzel taxi das wird nicht billig genau das macht man so was macht man nicht die leute sind empört ja genau dass man zeit ich kann da nicht mitreden die auch nicht mehr jahre jünger wie du ich verstehe das schon ich bin acht jahre jünger wie du auch schon ganz schön alt hier sind der da ist stufen sind über der polizist hat doch immer alles verhaftet ja ich glaube der war immer sehr rigoros hat vorsicht haben müssen alle verhaftet der fuhr ne ente glaube ich ne polizeiente leute polenta genau ich habe eine polenta polenta ist ja maiskischen so zack ein paar lichterleintchen hier machen ja der hat immer so eine seiente gefahren auf youtube gibt es ja manchmal gibt es ja noch so clips und überkomme ja auch auf youtube die ganz alten folgen von löwenzahn ja ich auch teilweise sagt ihr denn schon mal so was ah klar spaß am dienstag ne pass am dienstag ja und die hab ich auch gesucht und früher wie verrückt als teenager entweder bauen können wir weiter gerade ausbauen oder wir bauen ein stück richtung süden dann vorerst richtung war ich kann jetzt auch richtung süden marschieren mir ist das egal wenn ich die kolonne mal anweisen ach so da bleibt meine stufe hier ist ein feuerchen aber auch mal keine namen das hell genug war ja mit greck und otto genau die alte gummipuppe wir haben sich auch mal richtig gut gesehen sehr gemocht die beiden aber ich glaube das war auch eher so eine sendung auf dem wdr glaube ich ne oder kann das sein dass es mehr so nordrhein-westfalen so als ich meine jetzt hat den deadmod gearbeitet habe haben sich auch welche mal darüber unterhalten wenn den kraviter muss deswegen nordrhein-westfalen sache ist den nordrhein-westfalen hier kann gestoppt werden hier kann gestoppt werden ja ich brauche noch gerade mir was arbeiten ach so ok ich hoffe schon weiter gucken wo sind wir hier da habe ich mal sagt mir gar nichts mit dem raub und dem kopf das ist siebenstein das ist siebenstein das ist siebenstein das ist siebenstein ja der der rame körper die haben sich immer so schön gestopft die beide ja die waren bitte fallen fein ich habe funke gesagt aber wahrscheinlich doch wenn ich es sehen würde würde es mir bestimmt bekannt vorkommen ja wettkantengeschichten oh ja wettkantengeschichten welchen ritter ja da hat doch immer immer erzielen was ich erzielen schon mal gerne besucht habe war kopfball auf den ersten kam dass immer mit rangayugus war generale jugos war nur von sports & co genial oh ja das stimmt hallo nur vom namen her das gleiche habe ich ein material erstmal holen so hast du früher auch ein gameboy gehabt nee ich habe er ist den ersten und dann habe ich den gameboy gehabt ok meine schwester hat den gameboy wenn ich nett war durfte ich die nochmal da denn du nett warst genau ich habe sehr selten tetris gespielt ja dafür hatte ich dann irgendwann den c64 und dann den ersten da ging dann ja auch schon oh ja das war für viele das kaufkriterium dass sie gesagt haben dann kann ich halt auch playstation spielen und dvd play beides haltest du kannst dich jetzt langsam wieder Richtung westen halten am ende des weges oder gar nicht mehr alles angeht ich werde euch den westen da war ein komodo was wie wo was da ich meinte die spinne entschuldigung ob sie doch mal nicht so viel rumhüpfen grüß gott 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 ok ja hier kommt keiner mehr zu besuchen runter fällt ok jetzt die fronte ich gerade bin ich bin auch gerade dabei mehr material zu holen jetzt ein bisschen kohle finden würde mit ich erwischen packen bauen kann wäre das nicht verkehrt hier gibt es keine kohle derzeit wo ich gerade bin oder habe ich noch kohle den haufen zeug hier draußen ist doch kohle hier war doch kohle so muss man ja kurz hier umpacken schon wieder hier besetzt werden gleich ja später wenn ich mal zeit habe das will ich mal hier mal notieren was denn hier ein atlas schreibt man hinein hinein mit schlucht muss man schreiben können mit der tastatur das wäre toll so cool haben wir so immer wieder aus hier schock ich schreibe nach stufen meine die weg wieder finden da war doch hier irgendwo genau weg den stufen klar sie teleportiert sich wieder so schwer den weg zu finden das ist ein bisschen abladen abladen wir da abladen wir da packen so der blöden zieger ist auch mal auf dem arsch gekriegt wenn du dir jeden schuh wieder anziehst sie verschwinde hier kann ich gebrauchen schwer schaut man nicht mehr dass von dem arbeitswagen mitnehmen waren mitten drin so